Heute ist mal wieder, wie ihr an der Überschrift erkennen könnt, oder am Titel erkennen könnt, ein C-Trade-Video angesagt. Und ja, ich werde zum Teil auch Englisch labern, weil ich letztens ein paar Nachrichten bekommen habe von englischen Leuten. Und die sagen mal, die haben mir halt gesagt, ich soll mal, weil die haben mich noch abonniert und die sagen, ich soll mal auf Englisch sprechen, falls ich so eine Videos machen werde. Ja, das erste, was ich traden will, ist halt dieses Burnwood als Complete oder halt einzeln die Sachen. Also Voraussetzung ist dafür, also allgemein für die Sachen, ich wurde letztens ganz schön verarscht von so einem Typen aus England. Ähm, äh, oder weiß ich nicht, der irgendwie, und der hat mir halt gesagt, ja, kriegst ein Pornstorm und noch ein Deck von, von Kicks Fingerboards, ähm, und dafür sende mir mal deine Winkler Wheels und Body Trucks. Und, hab ich gemacht, jo, wollte ihn anschreiben, YouTube-Kanal war gelöscht, super, egal. Aber, ja, das erste, was ich trade, ähm, oder Sale mache, hier, das Burnwood White Flat Faced Ceph, noch richtig geil erhalten. Also, ich hab das jetzt, also, weiß ich nicht, wie lange hab ich, na egal, ähm, also das trade ich, oder das, äh, verkaufe ich, ähm, also es wird noch gut, super erhalten. Ähm, ähm, hier die Flat Face, ähm, G6, oder Generation 6 trade ich, diese grünen Achsen trade ich. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke die sind, aber, ich glaube, Southpaws, oder so, na egal, ähm, ja. Und, ja, die trade ich halt, natürlich auch. Also, Flat Face, Wheels, Burdenwood, und Trucks. Also, könnt, ihr könnt gegen Complete Traden, also, ich kann das auch, also, allgemein als Complete Traden, oder die Sachen einzeln, die ihr wollt. Ja, dann hab ich noch ein paar, Bolli Wheels, Auflage, äh, weiße, noch sehr gut erhalten. Äh, und, ja. Und, dann noch ein paar, Kings, Sides, V1, Bäh, also, Wheels mit Kugelagern. Ja. Na, da. Ja, jetzt, wenn ihr noch Englisch zuspricht, für die Englischen unter euch. Hey, guys, um, today, I want to trade something, and the first thing I want to trade is this Burdenwood, with Trucks, and Flat Face, G6 Wheels. Um, yeah, uh, and, also, I want to trade, these, um, Bolli Wheels, non-bearing, great condition, um, white. Yes, um, uh, also, I have, Kings, Sides, V1, bearing wheels, yeah, um, great condition, from Kings, Sides, um, white wheels, a little bit clear material, yeah, um, so, ja, das war's dann erstmal mit dem Video, also, hm. Hm, Bolli, Kings, Sides, ja, uh, thank you for watching, danke fürs Zuschauen, haut rein.